Where should I start? Wähle ein Körpertyp! Dreieck nach unten, Dreieck nach oben. Ich denke mal, dass das denn männlich ist. Wie kommt mir das bekannt vor? Ähm, der Controller hat richtig Bock. Ist der Controller da hinten angeschlossen oder da vorne? Ich bin da vorne, ne? Ich werde ihn nur kurz rausziehen. Controller brauche ich nicht. Der führt mir nur zu krass rum. Okay, fortfahren. Scann ich den Wischen anpassen. Ja, äh... Das ist blau-grau? Ich weiß es nicht. Das ist eher blau-grau, ne? Das ist eher grau-grau. Beziehungsweise richtig helles Grau. Das ist nur ein und das. Stimme! Okay. Ich hoffe, man kann nur Fächer hier erst machen. Dann wäre es mal so. Frisur! Dann haben wir was schönes Viking-mäßiges, ja? Das ist so, was ich cool finde, ne? Ach du Kacke! Wow! Wie schnell dreht er sich! Hm, hm, hm. Okay. Das ist der Frisur, also ich wollte gerade sagen. Wäre auch schon krasser Haare gewesen, wenn die so glatt da lang gehen würden. Mögen sie nicht so geile Dinger dabei? zu kurse müssen noch ein bisschen hin ich nehme ditte erst mal das ist der haarfarben ist da gesichtsschutz das nennt sich gesichtsschutz auch nicht schlecht gesichtsschutz ja mein bart ist auch ein gesichtsschutz weißt du die gesichtse maske der wäre realistisch für mich ich habe mich auch eine ich habe aktuell eine dran da sind wir auch eine dran hoffa doch immer dies hause haut sehr seltsam übersetzt muss ich mal sagen du kannst den spiegel in jels lahm benutzen um das aussehen des charakters wieder zu verändern alles klar die länge namen angehe vollständigen namen des charakters spitznamen des charakters wähle einen einzigartigen namen zum beispiel joe muniz o'neal junior cross kann ja einfach dann kann auch noch wenn die das hat man nicht die um zu werfen die 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 was okay ich bin gespannt wie spiel ist und es ist halt warm der planet brennt heute richtig aber wo es 23 grad sind 18 grad gerade wird vielleicht gleich mal die fenster öffnen 18 grad könnte das wieder funktionieren ja 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 Okay, er wird schon sehr laut, wahrscheinlich irgendwo auf dem Ohr, da drinnen. Da ist der Professor. Das war's, was ich gesagt habe. Hallo? Was ist das? Der Rest sieht aus wie ein bisschen von... Ich habe keine Hilfe. Ich habe keine Hilfe. Ich habe keine Hilfe. Der läuft sehr steif. Der macht sich ziemlich gerade. So, okay, bekommen wir Palia Suche in Kiliman nach Ashura. Das ist er? Das ist das Rad. Oder? Wie ist er in Theorie? Wo ist irgendwas? Oh lol, ist das tatsächlich ein M.O. technisch oder was? Ich hätte renne oder springen auf die Oberfläche. Ich habe Palia noch nie vorher bei irgendwen angeguckt oder so. Ich habe einen M.O. Ich habe einen M.O. Ich habe einen M.O. schon zweimal gegen das Mikrofon gekommen. Auch nicht schlecht. Okay. Cardinal System. Bist du es auch online oder was? Wie vielfach gleich aus? Ich habe einen M.O. Ich habe einen M.O. Ich habe einen M.O. Ich habe einen M.O. In den Rennen gehört. Kann man auch rennen. Man kann sich im Moment nicht rennen. Da muss man keine. Ich habe einen M.O. das hat was reingekommen habe ich nicht gelesen reise krankheit steuern ach was ich kann hier meine wohnung bauen noch was ähm ähm ok so was wie das gehörsystem oder hallo karte kreis gemeinschaft beziehungen ach schule erhungenschaft dann wird 10.000 gold verdienen 200 von sie ansehen ich habe ja komm und wie gut ja keine Ahnung was eins dazu habe ich Hunger gefühl fokuspunkte seitige treffer von danno grundstück ok jetzt war es kein thema und jetzt wird sich noch was an das stimmt und ruhig ok sind das drüben das ist auch das ist ich fokal habe ich ich habe ich das ist und ich nicht ist denn eine holz über arbeitestruhe herr wie man kann also hier tatsächlich die dinge sammeln das ist mein fokus okay ich probiere das mal da ich hätte eine holz und aufbewahrungskrufe her ich brauche noch einen stein und fünf holz, das kriege ich hin Drei stelle ein zelt her wo ich Faser und Holz also weiter in Holz halten was heißt sowas hier wo ich genug davon habe auch noch die Holz fünf Oh Gott ist das Risse sprich mit Uli wenn er den Grundstück besucht ja das ist ja ja ist das ist das das ist das Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ja. Was das ein Dramat? Ja. 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 Ja! Ja. Ne Werechere. geht das aber? Ja. Gut. Zum laufen jetzt nur nochmal. Wo auch. Jetzt drücke sie auch nicht. oh gotta run mom's calling oh eh verlasse das baukaufstück ich komme besser weiter auf dann pack ich alles da rein kann man inventar folgen sie frage so 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 Oh, wir schlafen. Scheint aber nicht kaputt zu gehen, die Wechsel, oder? Ah. Ganz genau, 400 Sachen reinpacken, okay? Okay, verlasse das Bauguststück. Oh, das ist so gut, okay? Scheiße, oh mein Gott. Kann ich das nur machen, okay? Sehr schön. Ach so, na gut. Irgendwie nicht. Na gut, die sind auch nochmal weg. Okay. Keine Ahnung, wie und wann ich Fokus erfüllen muss, aber im Teil klappt das so. Nur kurz mal raus reingucken. Das ist natürlich L. Na ja, gut. Nicht perfekt, aber das ist in Ordnung. Lassen wir das Ganze mal. Scheint also irgendwas wie ein MMO zu sein hier. Frage die nach dem Aktefakt. Ich habe ein paar Dinge offen jetzt. Lady Minella. Was ist das für eine Karte? Jetzt gibt es eine Karte. Da sind alle meine Quests drin und da ist Hodari, okay? Mal gucken. Okay. Auch X gar nichts. Spielen anscheinend will ich ganz so vieles, aber auch nicht so schlimm. Wenn ich merke, das Spiel ist mehr so tot, dann ist es halt vorbei, ne? Kann ich dir helfen? Ah? Ha, 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 ha? Hm. Oh, I see you're hailing it a day for now. Ha, ha. What's up? Hm. 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 Ha, 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 ha. Oh. Hm. 116 Meter kann man klettern? Ah ja, habe ich ja vorhin schon gesehen, aber vor dem Wald klettern? Okay, nur ganz so reinkommen und sowas. Frage, kann ich eigentlich jeden beliebigen Baum-Fan? Ah, okay, verstehe ich. Warum ist es zu dick wahrscheinlich dafür? Und das geht, okay. Interessant, okay. Ansehen-Kursion, okay.